Der Sonnenschirm stellt ein interessantes Paradox an. Es ist eine Überdachung unter dem freien Himmel. Und seine Funktion ist nicht einfach Schatten zu spenden, sondern vielmehr die Sonne nahbar und genießbar zu machen. Der Schirm und Glatz damit stehen also immer auf der Sonnenseite des Lebens. Kaum ein Produkt hat so eine optimistische und positive Prämie wie ein Sonnenschirm. Der neue Schirm stellt für mich eine technische Hochleistung, die die Grenzen von dem, was technisch und physikalisch möglich war, neu definiert für ein einzigartiges Design. Wir haben die Funktion enttechnifiziert und die Mechanik unsichtbar gemacht, damit die Freude und die Stimmung im Vordergrund treten können. Wir haben eine intelligente und unaufdringliche Bedienung konzipiert mit zugewandten Elementen. Die neuen Signaturelemente verleihen dem Schirm eine besondere Fernwirkung. Der Schirm ist so gestaltet, dass das Design in jedem Detail erlebbar ist. Es ist ein Erlebnis, das neue Design und die neuen Elemente immer wieder aufs Neue zu entdecken. Begeleidung Was ist so gestaltet? Was ist so gestaltet? Untertitelung des ZDF, 2020